Leute, was? Stopp mal ganz kurz, wie abgefuckt ist das eigentlich Einzelkind zu sein? Ich stelle mir das ungefähr so vor. Hi Mama! Ah! Keine Zeit, musst du arbeiten, ich hast den Geschenk. Krieg ich noch einen Abschiedskurz? Ich will ja nichts behaupten, aber oft sind Einzelkinder auch ein bisschen besonders. Ja. Jetzt mal ehrlich, was dachten sich deine Eltern dabei? Dass du einfach alleine den ganzen Tag zu Hause chillst? Leute, ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich einen Zwillingsbruder habe, dass das für mich so gestört ist. Aber ich meine, mit wem rede ich? Was? Jetzt mal ein kleiner Tipp von mir. Geh zu deinen Eltern, sag dir, die sollen die Geschwister machen. What the fuck? Wer denken dir denn, wäre die Sinn, dass sie dich den ganzen Tag allein zu Hause lassen? Oder schick denen einfach dieses Video, weil sie sollen langsam mal hier in die Gänge kommen.